Ja, heute haben wir den 16. August 2021 und hier sehe ich gerade, wie ein Mann hier in der Kurve parkt. Ich kenne das eigentlich, dass man da 5 Meter, glaube ich, von der Straße entfernt. Also in der Kurve darf man nicht parken. So, auf den Punkt gebracht. Und dieser Mann hat hier den Jeep einfach abgestellt. Ja, ich stehe hier auf dem Hochertsberg hier und habe gerade eine Parktück gefunden heute Abend. Das ist ja mal schwierig hier in der Schräge und die Stadt wird sich mal aufregen, dass man hier nicht parken darf, wegen der Abstände. Und das ist ja genau bemessen hier. Das haben die von der Stadt so vorgeschrieben. Ja, was heißt von der Stadt? Hast du nicht einen Führerschein gemacht? Doch. 5 Meter von der Straße, also irgendwie muss man... Ja, soll man normal nicht. Ja, also soll man nicht. Das hat mit der Stadt gar nichts zu tun. Du sollst da auch nicht... Das sind Verkehrsregeln, nicht in der Fahrschule aufgepasst. Also ich würde jetzt mal ganz schnell messen. 5 Meter, glaube ich, oder? Ja, wir können es gerne nachmessen. Ja, soll ich doch. Na gut, dann messen wir mal nach, wenn wir es genau haben. So, ich habe den Zollstück jetzt... Also, dann darf ich nicht so dicht parken. Das sind 2 Meter. Ja, ich weiß zwar nicht, wie hier gemessen wird. 2 Meter sind 4 Meter. So, also bis hier. Und dann noch einen halben Meter dazu. So, soweit würde das Auto in echt rausragen. Und das ist leider nur ein kleines Auto. Und so weit ist praktisch der Abstand. Und das würde gar nicht gehen, wenn hier ein Kleinlaster oder ein größeres Auto hochkommt im Berg. Das wäre schon problematisch hier überhaupt durch die Kurve zu kommen. Also, Sie meinen, der Jeep kann da stehen bleiben? Ja, aber es darf kein größeres Auto... Und der steht auch nicht im Parkverbot, also der steht genau richtig. Und wer den nicht sieht... Das ist so ein kleines Fahrzeug, ein kleines Auto eben, in der heutigen Zeit. Klein, aber fein. Das hat man auch selten auch im Moritzberg, dass so ein kleines Auto hier auf dem Berg steht. Das ist dann auch mit Allrad, ne? Haben Sie denn die Handbremse angezogen? Ja, die habe ich, ja. Die Räder sind ein bisschen dreckig, aber die kann man ja sauber machen. Und angemeldet ist es auch nicht, aber man braucht ja heute keine Anmeldung, ne? Also, man hat ja heute Sondergenehmigung mit so einem Auto. Es hat auch kein Reserverad. Ja, das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Haben Sie den Führerschein? Kann ich den mal sehen? Ne, den habe ich vergessen. Ja, so fängt es an. Ja, sehen Sie wohl. Ja.